was geht ab heute mal wieder berg auf einen kanal und die kamera ist gerade wieder ein bisschen broke aber das kennen wir schon leute und zwar kommt heute der blog den ich euch hier im letzten video versprochen habe und zwar leute löse ich es jetzt auf es geht in die allianz arena zu 60 münchen gegen karlsruhe sc und ja ich würde sagen ich glaube ich glaube um lädt euch zurück und ja bei uns bei uns bei uns bei uns bei uns Unsere Sprache Hüde! Ein Gerät! Schäfer und ein Gerät! Und, und, und Niiiinein! Ohhhh! Chalalalala, chalalalalala, 60ünde und Niiin! Ich habe Zeit, wenn wir jetzt wieder sind, wir wollen uns ja in Wasser fahren, sondern wir wollen Ackha, Bavaria! Musik 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 57. Spiel 3 Der Wetzel Perreter mit Ausgleich ein Tor für 18 Runden Seid tief! Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Mann, Digga! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mein Verein für alle Zeit wird 1860 Zeit! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! 57, 58, 59, 60! Amen! Ah! Einmal Löwe Immer Löwe Hab ich abschriegen als Kind Das sich's gequimmt 58, 59, 59, 59, 59, 59 Unser Und der schöne Gräde ist auch unser Tier und unser TSV. Wir sind für 60 Ton, wir sind ein zwölfter Mon, egal ob Stodolot, auch die Löwen miteinander. Das war's dann auch schon wieder mit dem Vlog, Leute. Wenn der Vlog euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben ab und abonniert den Kanal einfach. Und Leute, das war wirklich das geilste Spiel, das ich bisher in der Allianz Arena gesehen habe. Weil Leute, das war wirklich Bomben und vor allem war das ein übel wichtiges Spiel gegen Karlsruhe, weil die halt auch ziemlich weit unten sind. Wo halt 60 leider auch ist. Aber ja, ich würde sagen, ich bin raus und ja.